Wisst ihr, was ich da habe? Ich habe ja vor kurzem ein Video hochgeladen zu Salamander, vor allem über die Gefahren von Salamander und habe ja auch welche von der Straße gekratzt. Das sind die Salamander, die ich von der Straße gekratzt habe, bei mir großgezogen habe, die sind schön gewachsen und die kommen jetzt zurück in die Natur. Ich werde sie hier in den Tümpel setzen, sobald sie fertig entwickelt sind, klebt dann sie raus, gehen ihre Wege, vielleicht sieht man wieder welche, aber die kommen jetzt zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es so gut schaffen. Wirklich schöne Tiere. Mission erfolgreich, alle 5 Salamander Babys haben überlebt. Das nächste Mal werde ich das wieder nächstes Jahr machen in der Salamander Zeit und dann werde ich wieder ein neues Video machen dazu. Dazwischen kommen auch andere Videos.